Die Summer School ist in mehrfacher Hinsicht ein Experiment. Das Projekt ist vom Bildungsministerium innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt worden, um jene Kinder zu unterstützen, die wegen der Corona-Krise und den dadurch erfolgten Schulschließungen samt Distance Learning Aufholbedarf im Deutschunterricht haben. 23.000 Schüler mit Förderbedarf sollen ab 24. August zuerst in Wien, Niederösterreich und Burgenland und eine Woche später in ganz Österreich zweiwöchigen Auffrischungsunterricht an 500 Schulstandorten erhalten. 1.400 Lehramtsstudenten, die dafür ECTS-Punkte an der Uni sammeln, führen den Unterricht und werden von etwa ebenso vielen Pädagogen dabei unterstützt. Die Sommerschule wird auch ein Probelauf für den großen Schulstart im September. Den will Bildungsminister Heinz Fassmann ja möglichst ohne Einschränkungen für die Schüler durchführen. Das heißt Vollbetrieb, Turnunterricht und keine Masken. Vorausgesetzt die Corona-Zahlen geben das her. Der Plan wird am kommenden Montag präsentiert. Die Summer School läuft als Pilotprojekt und könnte nächstes Jahr möglicherweise sogar mit Erweiterungen etwa für Mathe und andere Fächer fortgeführt werden.